sehr gut sehr gut sehr gut so da würde ich sagen können wir das ja hier aktion aktion löschen aktion löschen aktion löschen sehr gut aktion zerlegen und den stab hier können wir ja auch hier warum habe ich den eigentlich behalten gut 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 knut wir müssen erst mal das hier ablegen dann legen wir noch ich hier noch irgendwas so die sind schon mal voll voll wie so ein abmann kohle da könnte man zum beispiel hoch kohle metallschrott könnte man vielleicht eine machen wir mache ich mache ich offline wegen der kiste da drüben hinstellen und dann ja wie gesagt hier sind die dinger kriegt die dinger ist ja nie los oder doch hier könnte ich so rin packen leinen garen was fehlt mir jetzt hier hatten wir noch heute mal die waren hier fünf waren wir noch für eine truhe reicht es noch ist eine magische truhe daten ja 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 alles gut wo waren denn nie ach hier er ja wenn man nägel jungen machen wir nägel alles klar danke so wollte kennen hier wollte kennen so und da tun wir jetzt rein ich mache mal jede garen hoch mit drin das hat irgendwie was garen hat auch irgendwie wird mit mit dings zu tun mit nähen oder ich denke mal das in ordnung personen bringen wir noch nicht fällig weg nägel können wir wieder zurückbringen wird mache ich mit dem schon hier weg damit gut was haben wir jetzt hier oben alles noch drinnen eine holzfäller axt könnten wir eigentlich auch noch darin liegen hier unten hier würde ich gerne noch was besseres haben wollen aber da haben wir da nichts gefunden was besser ist gut bernstein wo finden wir bernstein hatte ich schon gesucht gehabt wo finden wir da bernstein finden so auch eure gemma hat er wieder ein bisschen was wir brauchen auf jeden fall flammen weiter stufe drei jahre gleiter so ort zum abbauen von bernstein ein paar der besten orte zum bernstein zu bekommen liegt in der miasma zone und da habt ihr weitere punkte so bernstein ich gehe mal davon aus dass die die warte da ist nehmen wir mal dass der hier so oder das hier dann ist hier irgendwo wird junge alter ich weiß nicht was der spielt aber ich sehe auf dieser karte schon alleine 44 toten köpfe alter watt das müsste dann hier irgendwo sein ich sehe nicht weil ich hier noch nicht offen war aber wir vielleicht holen wir hier noch das refugium und gucken mal auf den elixierbrunnen hier noch kriegen nur der würde ich sagen tüten wir das dahin und dann gucken wir mal ich lasse mal das handy hier offen magierregeneration brauchen wir erstmal nicht so weil wir haben ja hier wenn wir hier mit dem hier schießen haben wir ja keinen kind so und dann soll hier unten noch gut sein oder wo haben wir habe ich ein schlückchen von dem zeugs mit bei oder marina die dick dick krepel zeugs hier so was haben wir hier schick auch mal schick wasser müssen mehr ausdauer und ja schmatzen wir uns aber drin gut oh guck mal hier ist das bernstein da bernstein wir haben bernstein die von ok freunde wie viel haben wir denn vier also lacht wenn wir heute nicht die links fertig kriegen die rüstung hier bernstein Oh, guck mal. Regeneration vom Dings hier. Zehne haben wir schon mal. Ich mach mal 14. Nee, eigentlich brauchen wir bloß noch 12. Aber wir nehmen erst mal mit, was wir kriegen können. Aber einen großen Rucksack jetzt hier. Nicht einen mittelgroßen. Dann gibt es ja noch einen größeren Rucksack, wa? So, wir haben 14. Das reicht. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Wir sind jetzt hier drin. Oh, hier hinten sieht es so aus, als wenn da der Weg nach draußen ist. Ich muss nur raus. Sehr gut. Wir sind draußen. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Wir haben die Schaft. Geil. Heute ist gut. Heute ist ein guter Tag. Ich fühle, dass heute das Karma mit uns ist. Wir kriegen eine neue Rüstung. 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 Da, da, da. Warte mal. Ich nehme mal das getrocknete Zeugsleim mit. Ich hoffe, wir brauchen hier noch mehr. Habe ich hier noch mehr irgendwo? Nee, weil wir haben... Ich würde jetzt ja noch danach noch in die Salzmine. Da war... Ich hatte auf der Karte eine Salzmine gesehen. So. Indigo. Jetzt lass mal gucken. Meester, kannst du alles herstellen jetzt hier? Nee, warum nicht? Was fehlt mir jetzt hier? Leinen. Ach ja. Let me know. Da brauchten wir schon zehn Leinen für? Wie viele Leinen haben wir denn? Wir haben gerade mal zehn. Okay. Oh. Habe ich Flax eingebaut? Nee. Habe ich noch Flax? Habe ich hier noch irgendwo Flax? Mais? Indigo? Tomate. Habe ich gar keinen Flax mehr? Fuck. Scheitert es wieder am Flax hier. Komm, wir brauchen alleine hier schon für Zehne. Dann nochmal Sechse. Und dann nochmal Achte. Oh, verdammt. Wir nehmen erstmal die hier. Mana-Punkte. Schadensmultiplikator. Magie. Mana-Punkte. Wir nehmen erstmal die hier. So, hier haben wir Zehne. 21. Hä? Jetzt ist ja... Das ist weniger. Ja gut. Der Schadensmultiplikator Magie ist mehr. Ja, wir sind halt ein Stoffträger, ja? Halten nicht so viel aus. Aber das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Wieso habe ich hier keinen Flax mehr? Wieso habe ich hier keinen Flax mehr? Wieso habe ich das nie angebaut? Oder ist das hier Flax? Ne, warte, was haben wir denn hier gepflanzt gehabt? Flax oder Indigo? Umtopfen. Das sieht nach Flax aus, ja. Wenn das erstmal in Ordnung wäre. So, wo habe ich denn die Salzmine gesehen? Wir können ja erstmal zur Salzmine. Warte mal, die war hier. Hier, Salzquell. Da können wir so hin. Da tüdeln wir so hin. Haben wir noch genug Platz im Inventar? Na klar, wir haben ja einen mittelgroßen Rucksack. Natürlich. Na, dolemont. Hab keine Ahnung, was das heißt, aber yeah. Wie hieß er? Der olle Arbeitslose da? No way. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es hört sich gut an. Na, Freunde. Hier haben wir ja so eine blauen Pflanzen nicht. Ne, die waren ja in einem anderen Gebiet. So, was haben wir hier? Ist das hier unsere Salzmine? Salzquell. Aus der Verborgenheit erstickt und verschlungen. Das Miasma verschlingt alle, sogar uns. Wir verlieren uns in der Dämmerung, verschwinden und verwandeln uns im Meer des Kornblumenfarbenen Zwieligs. Noch nie habe ich eine Krankheit, einen Fluch von solcher Mächtigkeit erlebt. Der Nebel verbrennt die Augen und Lungen, doch er tötet nie vollständig. Er breitet sich aus. Er manipuliert. Er zerfrisst uns ganz langsam und lässt nur eine tote Hülle zurück. Es gibt kein Heilmittel dagegen. Nur die Macht der Flamme kann das Miasma im Zaum halten. So, wo ist jetzt hier Salz? Wo finde ich denn jetzt hier Salz, sag mal? Okay. Warte, was ist denn das hier? Plündern? Ist das hier Salz? Nein! Ach Mann! Das wollte ich doch noch gar nicht eingrabbeln. Wo ist denn jetzt hier Salz? Irgendwann eine Salzquelle, ja, aber wo finde ich denn Salz? Muss ich die denn irgendwie abbauen? Achso. Das ist aber die olle Wurzel hier. Wo ist jetzt hier Salz? Salzquelle? Holzscheide. Aber wo ist Salz? Wo Salz? Wo ist denn alles versaut hier? Warte mal. Ach Mann. Die Eckstädter Salzmine. Was ist denn, warte mal, war das ein Salzquill? Salzminen-Standort. Salzminen-Standort. Wo sind wir jetzt hier? Salzquill. Ich glaube, ihr habt das kein Salz. Bin ich mir fast sicher. Warte mal, haben wir nicht noch eine Quest mit Salz? Hier. Wo ist das? Da oben irgendwo. Schnellreise kann ich von hier aus nicht. Hier, da drüben war irgendwie. Nimm doch den hier vorne. Einfach den vor dir nehmen. Nicht den da hinten, da wo du nicht rankommst. Einfach den hier vorne nehmen. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Das kann nicht so kompliziert sein. Oh, wer bist du denn? So, was ist denn hier hinten alles noch? Da hinten, jetzt guck mal, da ist auch noch was. Waren wir hier schon mal? Ne, wir waren hier noch nicht. Na, dann lass uns doch hier ein bisschen umher gucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein Stündchen haben wir noch. Guck mal, hier ist ja noch was. Was ist denn das für eine Burg? Wachs oder sowas brauchen wir nicht. Aber wir könnten da drüben mal hinkucken. Oh, da hinten sind eine Menge Gegner. Oh, da hinten ist ja noch was. Na ja, ein paar XP kriegen wir. Waren wir bei dem Ding schon? Könnte der sein, wa? So ein 100-Bode-Ding. Das kommt mir hier so bekannt vor. Hier machen wir schon mal, ne? Oh. Na ja, der kommt mir bekannt vor. Der ist da letztes Mal auch, glaube ich, runtergefallen. Okay, hier waren wir schon mal. Aber wir könnten da mal einen Wegpunkt setzen. Oh, wer seid ihr denn? Moin. Frank und Rüdiger. Ah, da sind wir nicht hingekommen, weil... Das hat alles noch rotes, richtig? Das ist eine Menge rot. Wenn rot, nicht so gut. Wir könnten aber von... Von da rum, da hinten hin. Hätten wir doch einen besseren Gleiter, wa? Hätten wir doch einen besseren Gleiter. Na ja, gehen wir da erstmal da hinten lang. Wir kommen bestimmt von da aus, da rüber. Ich würde nämlich jetzt gerne das Fragezeichen da unten... Und hier sind wir noch in einem Bereich, wo die uns hier nicht so, ich sag mal, hier fertig werden können. Ich sammle die ja auch nichts mehr auf. Wenn ich irgendwas brauche, dann kann ich später immer noch farmen. So, nehmen wir mal hier lang. Man kann 250 Meter in die Richtung. Was haben wir denn da? Das sieht aus wie... So ein Setzling. So ein Quell. Naja. Naja, ist nischt. Ist einfach nur... Naja. Wir sind auf jeden Fall hier. Kommt der hinterher? Naja, er hat auf jeden Fall... Er hat auf jeden Fall gegeben. So, was ist das hier für ein Türmchen? Ist nur ein Pfeiler, oder? Das sieht hier nur noch ein Pfeiler aus. Hör mal. Guck mal, da ist ein... Das ist ein... Ein kleines Dörfchen. Morvena. Bei dem waren wir schon. Ich erinnere mich. Hier waren nur Wölfe. Oh, ist das denn in dem Roten Gebiet, oder was? Da kommen wir ja nicht rein. Naja, doch. Wir kommen hier rein, aber... Ah, da hast du noch eine komische... Kann ich da ruf? Erwoll. Erwoll. Erwollah. Herr Admiral. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Licht hier noch irgendwas? Oh. Ich sehe den Sinn aber da drinnen, die Dinger. Nimm doch den hier vorne. Da ist kein Pfeil dran, er nimmt ihn nicht. Oder sie nimmt ihn nicht, kann doch nicht wahr sein. Aber hier, hier vorne. Mann, nimm nicht irgendjemand da hinten, den du nicht kriegen tust. Das ist dumm. Sehr gut, jetzt sind wir raus. Okay, dann hätten wir das auch gekriegt hier. Ist hier noch irgendwo was, was wir nehmen könnten? Nee. So, wo hatte ich jetzt gesagt? Wo war das jetzt da? Wo wollten wir hin? Hier oben. Salzminenstandort. Dann da hin. Wir brauchen Salz. Salz ohne Ende. Am besten noch mehr. Warte mal, hier ist was zum Abspeichern hier. Dass wir hier auch wieder rauskommen. Dankeschön. Oh, die Seele gespeichert hier drinnen. So, hier sind wir richtig. Oh, wird schon seine Richtigkeit haben. Waren wir in dem Nest schon mal? Ja, bei der Kirche. Wir müssen sowieso hier rum. Wenn man keine hektischen Kämpfe hat, geht das alles. Ich habe ja nichts dagegen gegen den Boss gegen. Aber wenn das hier zu viel wird, wenn zu viele... Und dann so wie diese komischen grünen Giftviecher da, die so schnell waren und dann so viel ausgehalten haben. Das hat das überhaupt nicht meint, wa? Letzte Aufnahme-Session war nicht so. War nicht so berauschend. Na, Wolfis? Wolf und Gart. Wer kennt sie nicht? Wenn man als dein Bruder starb, hättest du schon gleich umdrehen müssen, mein Freund. So, warte mal. Müssen wir da lang? Oder reicht es, wenn wir da durchgehen? Ich glaube, wir müssen hier durch. Bin mir aber nicht sicher. Wir könnten aber auch mal da hochgehen und gucken, was da oben los ist. Achso, ich wollte ja noch Bären pflanzen. Äh, Bären pflanzen. Bären sammeln. Davon habe ich auch nicht mehr so viel. Von der Regeneration her sind die Erdbären besser. Als die blauen Bären hier. Lila Bären. Die heißen nur Lila Bären. Nicht anders. Und da hinten ist aber da irgendwas. Achso, das ist... Ah, okay. Standort unten. Okay. Naja, hatten wir ja... Hatte ich ja gerade so in der Vermutung gehabt. Ist das so gut gewesen? Keine Ahnung. So, wo müssen wir rinnen? Vorher in der Sonne. Wo müssen wir rinnen? Hier unten irgendwo? Hier oben irgendwo? Okay, wir haben hier... ...so ein Ding jetzt. Okay. Hier sieht wie aus wie ein Mineneingang. Haben wir hier noch irgendjemanden, der jetzt vor der Fresse will? Oder kann ich mich jetzt hier erstmal um mein Salz kümmern? Äste. Wollen wir nicht. Mein Verstand ist scharf wie eh und je. Das Klopfen weiß den Weg. Welch schönes Pochen. Es rüttelt an meinen Knochen, aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Meine schüchternen Kameraden lüstet es nach... Nicht nach Reichtum, so scheint es jedenfalls. Denn sie sind abgereist, während ich schlief. Wir waren gerade in den Tunnel eingedrungen, an dessen tiefen Ende dieses wunderbare Brummen erklingt. Wie dem auch sei. Mehr für Bertram, sage ich. Vorwärts hoch, Bertram. Das sieht aus wie Salz. Und das ist Salz. Freunde, wir haben Salz gefunden. Wir haben perfekt nochmal Salz gefunden. Jawohl. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber... Wir haben Salz gefunden. Und nicht gerade wenig. Guckt euch das mal an, Junge. Wir sind reich. Reich an Salz. Ja. Auch wenn du einen schönen Hintern hast. Würde eher einer sehen, was du hier machst. Achso, wir sind schon wieder K.O. Geil! Wir haben Salz gefunden. Leck mich doch. Sehr gut. Warte mal. Können wir hier mal kurz hier ein Schlückchen nehmen von dem... . Wie geht's denn? Ich schaffe ihn direkt. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Ich habe das. Wie geht's denn? Ich kann die Schlückchen nehmen. Ich kann mich jetzt nicht kurz rüber. Ich kann mich einfach so weit Industrial und mache ich mir herum. Und ich kann mich, Haben wir die Aufgabe eigentlich abgeschlossen? Ja, haben wir. Das ging nur darum, die zu finden, oder? Jo. Wir machen so lange, bis die Spitzhacke kaputt ist. Wir haben noch eine Ersatzspitzhacke bei. So, lass mich mal hier einen Zeiger da drehen. Wir haben ja noch den Schutz, von daher... Ich würde da ja noch rin gehen wollen. Oh, hier ist ja noch eine Truhe, die hat man ja nicht aufgemacht. Was ist das? Achso. Nee, das ist kein Salz. So, ganz einfach. Du resettest dann und dann bist du hier wieder vor Ort. Ein Brutnest? Was für ein Brutnest? Das ist ein Brutnest. Das war's für heute. Das ist ein Brutennest. Hier ist aber kein Salz drin. Hier oben am Einjag war noch Salz. Hier. Ah, das meiste ist draußen dann dran. Ah, okay. Na gut. Wie viel Salz haben wir? Oh, guck mal. 209. Das reicht ja vollkommen aus. So, jetzt müssen wir bloß noch einen Weg nach draußen finden. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Aber da hinten ist noch was. Wir sind immer noch. Ah, okay, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, wir haben einen Punkt gefunden, von dem wir aus schnell reisen können. Gut, wir haben Salz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft heute gut. Der ist auch Indigo. Warte, ich hab kein Flachs mehr. Wieso hab ich kein Flachs mehr? Was bin ich denn für ein Trollo? Wieso hab ich kein Flachs mehr? Ich ernte mal jetzt alles hier, was ich hier finde. Dann packen wir das erstmal in eine Kiste. Na ja, wir müssen Flachs sammeln. Nützt ja alles nichts. Flachs und Wasser. Ich würde mal interessieren, ob man da irgendwie noch Wasser sammeln kann irgendwie. Aus dem Flutz haben wir ja noch Wasser hier. Wassergewinnung am frühen Morgen. Tau oder sowas. Das sind aber eine ganze Menge hier. Guck mal hier, der Held vom Erdbeerfeld. Dann müssen wir ja jetzt noch auf eine Tour gehen, um Flachs zu sammeln. Na toll. Das kotzt mir ein bisschen an gerade. Ich hab ja gar nichts mehr. Keine Flachs haben gar nichts mehr. Wie kann man denn so verantwortungslos sein? Und dann könnten mir das noch an, um es jetzt noch mal.